Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. Hier verwendet sein. Jetzt ist besser? Okay, prima. Gut, also dann. Wunderbar, dann hätten wir ja das auch schon geklärt. Haben wir das auch schon geklärt. Das ist ja, wenn man schon so lange nicht mehr gestreamt hat, dann vielleicht machen wir das ja immer wieder öfter. Wir versprechen wieder Dinge, die wir nicht halten können. Dann also nochmal im Stelldurchlauf. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Dr. Tracking mit mir, Schwester Nerd. Hier ist Nerdistin. Ihr kommt alle am 20.04. ins Rabbit Hole Theater zu unserer tollen Show. Und jetzt wollen wir über was hoffentlich reden, was zumindest sehr, sehr lustig wird. 35 Stunden haben wir schon über Star Trek Discovery gesprochen. Das ist schon ein Haufen Holz. Also insgesamt haben wir ganz sicher schon ein paar Tage über die neuen Track-Sachen gesprochen. Und ich habe natürlich auch zu dieser Staffel wieder das Ende unserer letzten Folge gehört. Und da war es also auch durchaus so, dass wir da gar nicht mal so verbittert aus der Nummer rausgegangen sind. Denn wir hatten immer noch die Hoffnung, dass es wieder gut weitergeht, wie wir sie immer haben. Wir sind ja hier eine positive Sendung. Wir wollen ja Mut machen. Und deswegen klappt das bestimmt auch ganz gut. Wir hatten allerdings damals gesagt, äh, guck mal, 2023 geht es weiter. Und es hat sich dann doch ein bisschen verschoben. Ja, war eigentlich jetzt Corona und Co. daran schuld, oder war jetzt einfach nur Paramount daran schuld? Tja, keine Ahnung. Das kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht sagen, woran das jetzt genau lag. Aber es ist so, dass ich habe es jetzt auch ehrlich gesagt nicht vermisst. Und als dann der Trailer rauskam vor ein paar Wochen für den ganzen Kram, boah, mei, habe ich halt so weggenickt, ne? Weiß nicht, wie es euch da draußen ging im Chat. Könnt das ja auch mal ein bisschen sagen, wie es euch ging. Aber, hm. Ja, war ähnlich. War nicht letztes Jahr schon irgendeiner Comic-Con-Mini-Trailer rausgekommen, der sich auch angefühlt hat wie das Gleiche aufgewärmt? Ja, und halt viel Bum-Bum und Schießerei und Pfeil im Bogen und so. Und ja, also von daher gab es da irgendwie nichts Neues. Ich war auf jeden Fall absolut nicht gehypt. Das ist jetzt auch aber auch nichts Neues. Vor allem, weil ich inzwischen auch so viele gute andere Sachen gesehen habe. Und du weißt ja, ich gucke ja dann immer mal so bei Google Trends. Und da muss man halt auch ganz ehrlich sagen, niemand anders war halt auch nicht gehypt. Also es ist halt einfach niemand gehypt. We moved on, sagt man doch dazu. Sogar auf The Walking Dead, The One to Live, war absolut gesehen eine größere Nachfrage. Also mehr als doppelt so viel, ja, als jetzt auf Star Trek Discovery. Shogun macht sich ganz gut, ja, diese Serie. Und der absolute Überflieger zur Zeit. Ich habe noch nicht reingeguckt. In unserer letzten Folge hast du erwähnt, dass du gerade dieses Buch liest. Und dass es dich erinnert an die, ein bisschen an die letzte Staffel mit diesen Aliens, mit den Gefühlen, wie sie da kommentiert haben. Nämlich Free Body Problem. Genau, die wunderbare Trisolaris Trilogie. Und da für alle, die sich die nächsten Tage nochmal hier einschalten wollen, es wird zwar nicht live sein, werden wir morgen eine Aufnahme zu machen mit dem Rainer Prahl und über Free Body reden, über die Trisolaris Trilogie oder Remembrance of Earth Past, wie es im Englischen, Chinesischen heißt. Ich bin sehr gespannt. Großartige Bücher, auch wenn der Autor von den Büchern ähnlich schlecht ist im Charaktere schreiben, wie die Leute in Discovery, muss man sagen. Aber er schreibt gut, er schreibt gute Science Fiction. Okay, dann bin ich gespannt. Ich habe es noch gar nicht gesehen. Ich hatte jetzt kurz einen kleinen Serientipp an der Stelle. Silo auf Apple Plus. Ich hatte noch ein paar Wochen Apple Plus. Ich habe noch dieses Silo-Ding geguckt. Da ist auch zum Beispiel im Punkto Spannung eine Szene, auf der ich später noch ein bisschen drauf eingehen möchte. Dann alle 20 Jahre guckt natürlich irgendwann Shogun Remake, so auch dieses Mal. Also gucke ich das auch. Es ist gar nicht so schlecht, aber es ist halt wirklich was, da muss man jetzt schon wieder auf den Bildschirm gucken. Das ist man ja gar nicht mehr gewohnt. Man macht ja nebenher Wäsche oder spielt noch irgendein Handyspiel, keine Ahnung was. Aber durch diese ganzen Untertitel musst du jetzt wieder die ganze Zeit aufs Handy gucken. Na gut. Und jetzt steht also die fünfte Staffel Discovery an. Und sie brach irgendwie so ein bisschen über mich herein. Ich habe dich noch gefragt bei WhatsApp, wann fängt die eigentlich an? Und schwupps, am gleichen Tag ging sie auch schon los. Und wir haben ja sogar angefragt, wir haben ja sogar, da wir einen Zugriff zu dem Paramount Plus Pressebereich haben, haben wir drauf geklickt, Screener bekommen. Uns wurde geschrieben, ja, wir haben noch keinen, aber ihr kriegt einen, ihr steht bei uns auf der Liste. Dann habe ich nachgefragt, ja, alle haben schon Reviews raus. Ja, Serie ist ja auch schon raus. Genau, das war irgendwie ein bisschen komisch, aber gut, wer will es verdenken, vielleicht ist man halt nicht mehr ganz so, naja, also wir reden halt nicht unter Umständen jeden nach dem Mund. Ich habe dann natürlich, neben den Google Trends, gucke ich mir natürlich auch immer noch die Rotten Tomato Scores an. und da bin ich jetzt mal einfach mal ein kleines Spiel draus, lieber Chat, ihr könnt ja mitraten. Wir fangen mal bei der ersten Staffel an, okay? Was glaubst du, ist die erste Staffel, die ja seinerzeit 2017 rauskam, wo ist die dann rausgelaufen, was die Critics angeht und was die Zuschauer angeht? Okay. Boah, erste Staffel, gehen wir so weit zurück. Was war noch Rotten? Rotten war Prozent, ne? Ja. Prozent, sagen wir mal so 60 Prozent, 60, 65 Prozent, Audience Score vielleicht ein bisschen höher, 70, 75? äh, Critics waren 83, Audience war 49. Okay. Dann gehen wir mal auf die zweite Staffel. Die zweite Staffel kam ja dann 2019 raus, wir erinnern uns, die mit dem bärtigen Spock und dem KI-Würstchen. Auch hier wieder, was glaubst du bei den Kritikern und was beim Publikum? Ich könnte mir sagen, dass die Critics da sogar noch ein klein wenig besser drin waren, sagen wir mal so 86 vielleicht, ist vielleicht hochgenommen und die Audience dürfte tiefer gehen, so Richtung die 40? Ja, 36 Audience, aber immer noch hohe 81 bei dem Critics. Dann Season 3, das Ganze kam ja dann im Jahr 2020 raus, da waren wir dann zum ersten Mal 900 Jahre in der Zukunft. Die Kritiker, was glaubst du? Ja, ich würde sagen, dann sagen wir mal einen Abwärtstrend rein. Dann gehen wir mal gegen die Kritiker auf 76 und die Audience, vielleicht sogar ein bisschen besser, 45 wieder? Na, die Kritiker waren begeistert mit sensationellen 91 Prozent und die Audience, ja, 40 Prozent. Man pendelte sich dann so ein bisschen ein. Nachdem wir uns dann eingelebt hatten in der Zukunft, waren wir ja dann schon in der vierten Staffel, so schnell kann es gehen. Was meinst du, wie es hier aussah? Ich meine, mit meinen Ergebnissen gerade könnte ich auch einfach anfangen zu würfeln. Ich habe jetzt die letzten Tage noch mal gelesen in ein, zwei Berichten, dass viele die vierte Staffel dann noch nicht so gut fanden. Also Audience, Kritik-Score würde ich dann irgendwas unter 80, wir sagen, so 79 in der Richtung. Und Audience, bleiben wir bei der 45, da war ich ja immer ganz nah dran. Jetzt geht es steil bergab, nicht bei den Kritikern, die waren immer noch mit 81 Prozent ganz vorne dabei, mit 88 Prozent, aber Audience-Score 21 Prozent. Wundert mich da, ich glaube, wir waren gar nicht mal so negativ gestimmt, was die letzte Staffel angeht, im Gegensatz zu, die dritte haben wir, glaube ich, negativer bewertet. Ja, wir mochten zumindest halt diesen etwas neuartigeren Ansatz, dass es nicht immer gleich um alles ging. Aber wir hatten dann auch ein bisschen bemerkt, dass am Ende des Tages halt diese, wie immer, ganz viele Filler-Episoden dabei waren und für die eigentliche Story halt dann in zwei Folgen wieder abgerusht wurde. So, und jetzt haben wir also die 21 Prozent bei Staffel 4 gehabt. So, und jetzt sind wir bei Season 5. Da sind natürlich noch nicht viele Reviews drin. Und das ist echt, also ich wollte sagen, erbärmlich, aber doch, es ist eigentlich erbärmlich. Denn es kann doch eigentlich nicht sein, dass ein Franchise wie Star Trek, ja, das jetzt weltweit, es ist doch weltweit jetzt rausgekommen, ne? Genau. Ja. Weltweit rausgekommen, A, gerade mal 50 Ratings hat bei Rotten Tomatoes für den Audience-Score. 50. Audience-Score. Ja, Audience-Score passt schon, weil... Nein, nein, pass auf. Nein, nein, nicht 50 Prozent, 50 Abstimmungen. Ja, ist mir schon bewusst, weil... Das ist doch nichts. Das ist doch nichts. Schau dir den Status von Paramount Plus alleine an. In Deutschland habe ich letztens schon mal gesehen, die versuchen, das zu pushen. Die hauen ihre Jahresabos raus für umsonst quasi. Ich habe Paramount Plus dieses Jahr in so einem Waipu-Ding mit drin. Da habe ich den Stick verkauft und am Ende habe ich irgendwie 20 Euro für das Jahr bezahlt, also nix quasi. Die hauen es raus, die haben aber sauschlechte Apps, total beschissen, da wird noch beschissen als Sky, das überhaupt da irgendwie hat. Die können gar nicht, die können doch nicht mal Wiedergaben fortsetzen teilweise in den Apps, was die vorher gemacht haben und ja, dann haben sie vielleicht das jetzt gerade auf der Titelseite davon, aber ansonsten ist das eh Mission Impossible und Co. Ich weiß nicht, ich kann mir noch nicht mal den Marktanteil hier anschauen. Paramount Plus kann ich mir nicht vorstellen, dass es in den USA besser aussieht. Also ja, wenn Star Trek irgendjemanden interessiert, dann vielleicht so eine letzte Staffel Picard, wo alle darüber reden oder viele darüber reden, dass sie Legacy als Serie haben wollen und andere Dinge, aber Discovery, da haben wir zwei Jahre auf dieses Ergebnis gewartet und wo ganz klar jetzt die letzte Staffel angesetzt wurde und so viel ja, Marketing wurde da ja auch gar nicht betrieben. Hast du irgendwas irgendwo gesehen an Marketing? Ja doch, bei MFC Union Berlin sind sie zum Bundesligaspiel in Discovery Klamotte rumgehüpft und haben da irgendwie sowas gemacht. Da denke ich, ich war so, ja, okay. Also, ja, sympathischer Bundesliga-Verein etc., alles gut, Haken dran, aber ist jetzt halt zielgruppentechnisch auch eher so ganz, ganz knapp dran vorbei. Und es ist auch so, dass eine Rating-Agentur in den USA die Anteile von Paramount Global schon als, ich glaube, BBB- eingestuft hat, also mehr oder weniger Ramsch, das liest sich nicht so gut und ich habe halt so das Gefühl, dass man jetzt so dieses Star Trek-Franchise einfach, wir hatten es ganz oft davon mit Content um das Contentswillen auflädt, weil ich sage mal, auch der dümmste und unbekannteste Investor hat schon mal was von Star Trek, Spock und Kirk gehört und wenn die dem dann halt sagen, hey, guck mal, wir haben hier diesen Streaming-Dienst und das Home of Star Trek, also Klammer auf, ist es ja gar nicht, weil ja der Kram ja noch woanders läuft, ja, aber das ist es dann und da kommen jedes Jahr, kommen da fünf neue Serien rein, also investier mal hier fleißig rein, anders kann ich es mir ehrlich gesagt nicht denken. Du, ich meine, nicht umsonst gehen jetzt viele Streaming-Anbieter hin und sagen, wir machen absolut keine Kohle mit dieser ganzen Technik, die wir da auf den Markt geworfen haben und lizenzieren wieder. Auf Netflix kommen wieder Dinge, die andere nicht mehr haben wollen und die andere nicht mehr bei sich hosten möchten, weil die kein Erfolg sind. Und wenn wir ehrlich sind, sowas wie The Office, dass das wieder aufgekommen ist, Seinfeld oder sagen wir vielleicht auch Star Trek, ist so großen Playern wie Netflix zu verdanken. In Deutschland ist es ja sogar auf Netflix, muss man sagen. Und ich habe auch die Folge The Chase nicht auf Paramount Plus gesehen. Ich habe mir die auf Netflix angesehen, obwohl ich sogar Paramount Plus habe. Also das, was damals als Plus für Discovery war, ist, dass es jeder auf Netflix sehen konnte. Und dann haben die sich gedacht, wir wollen was eigenes aufbauen, weil jeder seinen eigenen Streaming-Dienst hat, der sowieso keine Marktanteile hat, wo es ein Franchise ist, was nicht so greifend ist wie so ein Star Wars oder wie so ein Marvel-DC oder DCU-Ding. Und dann versuchen sie es auch an einem Streaming-Dienst rauszubekommen. Das Schiff ist sowas von gesunken. Ich weiß nicht, wo man damit hin möchte. Ich glaube, da gibt es halt auch niemanden, der irgendwie einen großartigen, also einen inhaltlichen Plan hat sowieso keiner, wenn du mich fragst. Man hat bestenfalls irgendwie so einen Investorenplan. Und gut, das Ergebnis wird uns jetzt in dieser fünften Staffel vorgesetzt. Und ohne groß spoilern zu wollen, also das ist schon, also diese zwei Folgen, okay, wir werden drüber sprechen, wir steigen ein in die ersten zwei von insgesamt nochmal zehn Folgen, die uns jetzt präsentiert werden. Dieser ganze Mummenschanz wird sich dann noch ziehen bis ungefähr, Ende Mai glaube ich, Mitte, Mitte Mai ungefähr rein, also jetzt noch knapp zehn Wochen. Oder hauen die jetzt jede Woche, 30. Mai, danke für den Chat, weil die hauen ja jetzt nicht jede Woche zwei Folgen raus, genau, sondern die werden es wahrscheinlich nur dann da machen. Jede Woche eine Folge, soweit ich das hier sehe, die ersten zwei sind gleichzeitig rausgekommen und 30. Mai, in der Tat, wird Live Itself, das Finale der Staffel und der Serie rauskommen. Dann gucken wir mal, wie es das wird, ob wir es bis dahin noch schaffen, jetzt haben wir schon 35 Stunden drüber gequatscht und werden wir die letzten fünf Stunden da auch noch irgendwie rumkriegen. So, also, fangen wir an, die zwei Folgen, die rote Direktive und unter Zwillingsmonden. Es muss halt immer irgendwas Rotes sein, ne? Rote Türen, rote Signale, rote Engel, was hatten wir noch? Rote Materie hatten wir noch, ja? Und jetzt haben wir die rote Direktive. Wenigstens sind sie konsistent. Ja, ich weiß. Und Michael Burnham und Michaela ist immer noch unsympathisch. Auch dieses Writing ist insofern auch konsistent, ja? Habe ich auch getwittert oder geäxt oder wie auch immer man das sagt, ne? Das Ganze geht schon wieder los mit 22 Producern, ne? Ich habe mir wirklich mal bei anderen Serien zähle ich ja aus Spaß schon mit, also, ich komme halt nirgendwo auf so viele wie hier. Also, nirgendwo. Es ist, äh, okay. Na gut. Ähm, also, es geht los mit diesem, die Michaela ist auf der Hülle und werkelt an irgendeinem Schiff rum, wir wissen noch nicht, welches Schiff, und dann kommt ein Schnitt vier Stunden früher. Also, vier Stunden früher, okay. Und du weißt, wie solche aufbauen gerne mal in Serien mit qualitativ guten Skripten, wie zum Beispiel Better Call Saul gemacht werden. Dass man so ein Cold Open sieht, eine Idee hat und dann später, wenn dann diese Show läuft und man dann das Ganze, die ganze Geschichte kennt, auf einmal sich das aus einem anderen Licht darstellt oder man dann irgendwie sagt so, oh, ach, das war ja gar nicht so oder da haben wir einen falschen Eindruck gehabt. Nee, hier nicht. Ja, hier ist es aber auch wirklich so, dass dadurch nichts dazu gebracht wird. Es sind One-Liner, die in diesem Cold Open gebracht werden, wie auch in sehr viel restlichen Teilen dieser Folgen. Coole One-Liner, die an das Publikum gerichtet sind, die aber im Kontext des Ganzen keinen Sinn machen. Also, das ist so ein Will-Smith-Spruch, der da rausgehauen wird, als sie da am Anfang draufstehen. Woohoo! Und so weiter. Ja. Es bringt nichts, also es ist kein, dass man das dann, wenn man es dann nachsieht, sagt so, ah, okay, da habe ich jetzt irgendwie eine andere Perspektive drauf oder keine Ahnung was. Nein, es ist einfach nur, es ist einfach nur da, um da zu sein, damit die Folge halt nochmal zwei Minuten länger wird. Okay, also wir haben eine Partyszene, ja, und wir lernen jetzt, dass also der Sporenantrieb eingedampft wird. Okay, ich dachte Ende Season 3 war die Föderation noch völlig heiß auf dieses Ding, aber, ähm, okay, machen sie es jetzt, nicht mehr. Okay, gut, dann ist es halt so. Ja, aber wir bekommen auch zu keinem Zeitpunkt eine genaue Zeitangabe mit, mit wie viel Zeit seit der letzten Staffel vergangen ist, ne, nur, dass die dich eine ganze Zeit lang nicht gesehen haben, Booker und Michael. Ne, stimmt. Stimmt. Doch vier Stunden früh. Ne, weil, weil das habe ich mir in dem Fall, das machen ja Serien, gerade frühere Serien haben das immer mal wieder gerne gemacht, dass zum Anfang einer Staffel gesagt wird, ja, es ist ja wieder ein Jahr vergangen seitdem, oder zwei oder drei Jahre vergangen, habe ich ein kleines Problem mit, wenn die Staffeln direkt aneinander anschließen und die im Ende einer Staffel einen rührseligen Abschied hatten und direkt in der nächsten Folge, wenn man es durchbingen würde, sagen würde, oh, wir haben uns zehn Jahre nicht gesehen und das war so viel Schlimmes zwischen uns und jetzt haben wir es sehr awkward und Co. und so weiter, passt hier im zeitlichen Rahmen rein, weil wir ja zwei Jahre kein Discovery hatten, aber wenn man es ins Long Term, in Langzeit reinschaut und bedenkt, die Leute, die es nacheinander gucken, die fragen sich doch auch, die haben sich doch vor zwei Minuten noch gesehen und mir wird noch nicht mehr gesagt, dass hier Zeit verstrichen wird. Das war auch so, ja gut, man muss es vielleicht irgendwie an Tilly festmachen oder so, keine Ahnung, kann man es an ihrer, keine Ahnung, an ihrer Haarlänge festmachen, ich weiß, an ihren Kadetten ist sie jetzt im zweiten Jahr, im dritten Jahr, ach, die, die, wie heißt die Schauspielerin, Amy Wiseman oder sowas, die kann einem ja echt, Mary Wiseman, genau, die kann einem ja echt irgendwie schon leid tun, jetzt wird die halt da wieder so zwanghaft reingeschrieben, so wie man, wie man Worf immer so reingeschrieben hat in die Filme, so scheiße, der ist eigentlich nicht mehr da, wir brauchen jetzt irgendeine Ausrede, damit der da mitmachen kann, ja, hat man jetzt halt in die letzte Staffel auch nochmal Tilly dann reingeschrieben, ja. Aber das Interessante ist ja, das ist ja nicht als letzte Staffel geplant gewesen, die konnten ein paar Nachdrehs machen, dafür haben sie die Gelegenheit bekommen, als denen gesagt wurde, ja, es ist die letzte Staffel, mich würde jetzt mal enorm interessieren, welche Szenen vielleicht aus den ersten Folgen schon Nachdrehs waren und wo man das mit reingeschrieben hat, ich habe es versucht, so ein bisschen rauszuschauen, aber ich habe es nicht wirklich sehen können, vielleicht sieht man es dann am Ende der Staffel, wenn noch in den letzten paar Folgen ein paar Szenen dazugekommen sind. Ich weiß gerade nicht so genau, worauf du hinaus willst. Was für Nachdrehs? Die haben, als denen gesagt wurde, nee, ihr kriegt keine neue Staffel, haben die denen Gelegenheit für Nachdrehs gegeben. Ah, okay. Um noch ein bisschen dran zu arbeiten, um zu sagen, hey, ihr könnt da ganz ein rundes Ende draus machen. Deshalb habe ich versucht, darauf zu achten, haben sie es irgendwo mit reingebracht, haben sie auch schon in den ersten Folgen diese Nachdrehs mit reingesetzt, damit man sehen kann, es läuft auf das Ende hinaus. Es hat sich so angefühlt in den ersten zwei Folgen, als ob wir kriegen die Band das letzte Mal zusammen, one last ride together und sie haben es halt nicht geplant in der Richtung. Es fühlte sich an, als ob es nachgedreht worden wäre, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so viel nachgedreht wurde dafür. Okay, verstehe. Ja. Ach, ja, also wir sind auf dieser Party und alle sind wieder da. Wir haben, und ich habe noch in der letzten Staffel wirklich noch so ein bisschen für Saru und die Vulkanier-Tante so ein bisschen geschippt, ne, aber inzwischen muss ich sagen, ist das halt auch sehr, schon ein bisschen peinlich, das Ganze. Also es ist, also ich, die Schmetterlingsgefühle sind weg. Ja, was heißt die Schmetterlinge, ja, also bei mir jetzt ehrlich gesagt schon und das ist halt die unwulkanischste Vulkanerin aller Vulkanierinnen, aller, naja gut, okay, die bei Stranger Worlds habe ich das auch schon gesagt, die Vulkanier verhalten sich halt einfach alle irgendwie so. Weißt du, ich fände es irgendwie ganz cool, wenn sie das so als kulturelles Experiment irgendwie sehen würde, ja. so, nach Abwägung aller Argumente finde ich eine Verbindung mit ihnen eigentlich ganz praktisch. Lassen Sie es uns ausprobieren, irgendwie so ein Kram, ja. Das, und dann hätte man da vielleicht irgendwie sowas, aber so, dieses Getuchtel und Liebesgezwitscher und so, ach. Du weißt ja, wir haben ja noch nicht genug Zeit mit den Vulkaniern im 32. Jahrhundert verbracht, um zu schauen, wie weit die gekommen sind, weil die haben sich ja alle schon vereinigt. Die sind ja nicht mehr hier getrennte Planeten und so. Ach so, stimmt. Das kann natürlich sein. Ah ja, okay, das habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ja. Kann natürlich sein, dass die schon so ein romulanischer Vulkanier beschlingen ist, ja, und die sind dann so, Frisuren sind doch alle gleich, aber halt, ja gut, okay. Könnte, es könnte sein. Könnte sein. Ja, aber dafür hat sie ja auch nicht genug Screamtine, dass man das so rausfinden könnte in der Richtung. Ich fand es jetzt nicht schlimm, ich fand es nett, dass sie diese Beziehung wieder rausgeholt haben, aber wie bei vielen musste ich mich erst mal daran erinnern, dass dem so war. Das ist so ein bisschen auch das Problem mit der Serie, auch wenn wir viel darüber gemeckert haben über gewisse Dinge und jede Episode fast einzeln besprochen haben, war mir doch so nach zwei Jahren sehr viel, hatte ich sehr viel vergessen. Und auch als ich mir so ein Recap wieder angesehen habe, jetzt heute Abend, ist mir aufgefallen, wie viel ich vergessen habe. Ich kann mich aus Versatzstücke aus der ersten und zweiten Staffel sehr gut erinnern und ich kann mich auch so ein bisschen an grobe Storylines aus dem 32. Jahrhundert erinnern, aber trotzdem sind wahrscheinlich doch die ersten zwei Staffeln mehr hängen geblieben, als genau was da neu gemacht wurde, weil alles, was mir dann gesagt wurde, okay, ach ja, Tilly war ja auf der Akademie, ach ja, Saru war mit der zusammen, okay, da war das und Booker, die sind ja auseinandergegangen und mhm, also ich musste mich aktiv daran erinnern, dass da irgendwas war. Okay, also ganz so viel Alzheimer habe ich da noch nicht, das wusste ich schon noch, aber ich könnte jetzt trotzdem die einzelnen Plotlines der Staffel, Staffel zwei, also Staffel eins war das mit dem Klingonenkrieg, der hörte ja dann kurzerhand auf, indem dann Admiral Badhair dann die Bombe hatte. Dann Staffel zwei war das KI-Würstchen, wer kann es vergessen, Staffel drei waren wir dann mit dem Brand, Staffel vier war die Nummer mit den Aliens, genau, und mit den roten Signalen waren das, glaube ich, und der ganze Kram und jetzt haben wir halt wieder den Megguffin, den ich auch nicht so verstanden habe, aber da werden wir gleich drüber reden. Jetzt kommt wieder, ich will immer David Lynch sagen, aber es ist ja nicht David Lynch, sondern David Cronenberg ins Bild, der drückt der Michaela irgendwie so, keine Ahnung, einen Penisring in die Hand ein und schwupps ist sie im Unendlichkeitsraum oder halt im Raum der Wünsche oder keine Ahnung und ich hab mich so gefragt, im Ladescreen der Matrix, ja, ich hab mich so gefragt, ist sie jetzt, also steht sie jetzt dumm auf dieser Party einfach rum und ist so im Shutdown-Betrieb, so öh, ja, oder ist sie halt auch instantmäßig jetzt irgendwo anders hingebeamt worden oder steht sie auf der Party und redet mit den Leuten, also redet mit dem Kovic und dem Admiral und alle anderen gucken sie halt awkward-mäßig an, keine Ahnung. Also es hat sich angefühlt, als würden sie in ihre kleine private Bubble gehen, aber am Ende hat es, sah es doch so aus, als wären sie weggebeamt worden, weil sie gesagt haben, wir sind jetzt in einem Raum, in dem uns keiner irgendwie zuhören kann und so tief, dass es nur irgendwie über Gedankenverschmelzung wäre, glaube ich, ist die Technik dann doch nicht vorangekommen. Und fragt eigentlich irgendwann mal irgendwer, wer dieser Kovic ist? Nö, ne? Nö. Es wurde uns gesagt, was er macht, ich glaube, es wurde uns schon mehrfach gesagt, wir hatten irgendwann, glaube ich, auch darüber nachgedacht, dass er irgendwelche geheimnisvollen Dinge macht, aber das haben sie nie aufgelöst. Ich finde ihn ja einen der faszinierenderen Charaktere da, vor allen Dingen, weil Cronenberg ja auch eine Leinwandchemie hat, eine Leinwandcharisma, das der Serie sehr, sehr gut tut, aber solange man weiterhin Mysterybox aufbaut mit ihm und keine kleinen Tippets rausholt, bringt das auch alles nicht viel. Eben, genau, es wird halt irgendwie nichts mit ihm gemacht. Auf jeden Fall sagt er, es gibt ein, man habe also ein romulanisches Scout-Schiff gefunden, weil das sagt er nicht, das haben wir dann erkannt als bekannte TNG-Gucker und das wird uns natürlich im Trümmerfeld der Woche präsentiert, weil klar, und da ist dann irgendein Device. Wir erfahren dann im Laufe der ersten zwei Folgen, dass dieses Device also Leben erschaffen kann und das wollen jetzt alle haben, weil das kommt von diesen, du hast jetzt die Chase-Folge nochmal gesehen, von diesem Pro, wie heißen die, Prokrastinierer? ja, von diesen, äh, es ist von diesen Erschaffern da, von denen, die am Anfang da waren. Ich habe ehrlich gesagt den Namen von denen auch nicht im Kopf, weil der, glaube ich, nicht, auch wirklich gar nicht ausgesprochen wird in der Folge. Also jetzt in der Chase wird er nicht ausgesprochen, der schon. In der Chase, ja, pro, 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 proto, 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 pro Gratranier, irgendwie so ein Kram. Genau. Pro Grenitoren, und auf deren Spur war, genau, auf deren Spur war ja Picards alter Mentor, der Professor Galen, oder Gale, wie er hieß, und, äh, ich meine, die Folge, soll ich die Folge jetzt Chase nochmal kurz zusammenfassen? Mach mal eben schnell. Also meine Erinnerung, ich kann mich an die Folge noch erinnern, dass es die gab, das wäre so eine Folge, die kann ich so ungestützt, ohne jetzt die Details sagen zu können, aber die Quintessenz war, es war halt so, die Erklärung, warum bei Star Trek alle Aliens humanoid sind. Das war mehr oder weniger so die Nummer. Staffel 6 war halt so. Das ist aber gar nicht der wichtige Punkt an dieser Folge. Aha, okay, sondern? Genau, es geht sondern mehr um, äh, Picards Leidenschaft für Archäologie und dass er ja auch andere Wege hätte bestreiten können. Und am Anfang trifft ihn halt sein alter Professor, oder kommt auf die Enterprise, sagt, kommst du mit mir auf eine Suche nach was ganz Besonderem, gehst du ein Jahr mit mir raus und dann bist du führend in der Archäologie, weil du ja bisher nicht wirklich das gemacht hast. Das will Picard nicht, will dann auf Enterprise bleiben. Dann wird der Professor durch irgendeinen Hinterhalt ermordet und dann versuchen sie, den Spuren zu folgen, was denn der überhaupt für ein Mysterium hinter dem er her war. Also haben sie am Ende doch das gemacht, was er, hat Picard doch was gemacht, was der Gailen wollte. Und da kommt dann raus, dass in der DNA von sehr vielen humanoiden Spezies ein paar Marker drin sind, die sich sehr ähnlich sind. Von verschiedenen Planeten wurden verschiedene DNA-Spuren rausgenommen, verschiedene Marker, die dann zusammen als Puzzlestück zusammengesetzt worden sind. Und nachdem dieses Puzzlestück auf dem einen Planeten zusammengesetzt worden ist, kam diese Macherin und hat erklärt, wir waren eine Spezies, die sind zuerst in dieser Galaxie aufgetaucht, da war noch kein anderer da. Und da wir wussten, dass wir irgendwann auch verschwinden werden, haben wir auf vielen Planeten unsere DNA verstreut, damit auch unsere Legacy erhalten bleiben kann. Währenddessen kommen Romulaner dazu, währenddessen kommen Kadassianer und Klingonen dazu. Und die Moral von der Geschichte ist, dass alle doch irgendwie Gemeinsamkeiten haben und zusammenarbeiten sollte, was Picard in dieser Folge auch erreichen wollte. Und das hat es ja zum gewissen Teil gemacht. Und dass wir uns alle ja gar nicht mal so unähnlich sind, weil wir alle humanoide Spezies sind und uns doch auf unsere Gemeinsamkeiten anstatt auf unsere Unterschiedlichkeiten konzentrieren sollten. Das Ganze, was dann Ripley Scott bei Prometheus dann sozusagen nochmal geklaut hat. Genau, genau. Und ich finde ja das Faszinierende, nachdem ich diese Folge oder nachdem ich angefangen habe, diese Folge zu schauen, ist mir nochmal so dermaßen der Unterschied zwischen Discovery und TNG klar geworden. beziehungsweise zwischen einer moderneren Sci-Fi-Serie, was heutzutage so als Sci-Fi verkauft wird, und einer 90er-Jahre-Sci-Fi-Serie. TNG 45 Minuten nur lang ist jetzt auch nicht die längste Zeit, aber sie strahlen eine Ruhe aus, sie setzen sich hin, sie reden miteinander und irgendwie schaffen sie es in diesen 45 Minuten erstens Charaktere aufzubauen, die noch nie auf dem Screen zu sehen waren, wie der Professor, der Mentor von Picard, der hat irgendwie nur 5 oder 6 Minuten Screentime, aber man spürt die Historie von diesen beiden dann so unglaublich, dass die zusammenhängen und man schafft es auch in diesen 45 Minuten quasi eine Schnitzeljagd da mit reinzuhauen, plus diesem extra Element mit den Alien-Species, die unser Leben quasi in der Galaxie geschaffen haben. alles in diesen 45 Minuten ohne wilde Schnitte, ohne riesen Special Effects, dann reden sie halt mal über die Special Effects, völlig okay, dann reden sie ein bisschen über den Plot, ist auch völlig okay, schaffen es aber einigermaßen natürlich, das mit reinzubringen und man hat am Ende trotzdem nicht das Gefühl, dass man völlig außer Atem ist, weil so viel da reingeschmissen worden ist, während wir Discovery zwei Szenen sehen, die unglaublich gehetzt sind, wo keine einzige Szene ohne einen Special Effect auskommt und wo die keine intelligente Konversation zwischen zwei Charakteren zusammenbekommen. Ja, gut, das kriegen wir auch nicht hin, aber immerhin gebe ich dir, und ich, dass du dir das angetan, ich wollte das noch gucken, aber dann habe ich es zeitlich nicht mehr geschafft, aber schön, dass du es dir noch angetan hast. Ja, das kleine Funfact am Rande stand auch gerade im Chat, das meine ich mich auch noch dran zu erinnern, ich glaube, dass die Schauspielerin, dieses Hologramm da spielt von diesen Schaffern, ist auch die gleiche, die auch die Gründerin in den DS9 spielt, ja genau das. Das Make-up sieht auch in der Tat ähnlich aus. Genau, das Make-up war in der Tat sehr, sehr ähnlich, ja. Der Kovic sagt dann noch, wir brauchen das also hier und bitte, egal welches Mittel, zögern Sie nicht, machen Sie alles möglich, um was auch immer da zu kriegen. Okay, also wir sind dann wieder auf der Brücke der Disco, was ich jetzt total crazy fand ist, ich glaube, sie sind konsistent und ich glaube, bei manchen Sachen haben sie sich auch gedacht, okay, wenn wir es jetzt noch ändern, ist halt auch doof, dann motzt der Chris jetzt auch wieder. Also haben sie jetzt alle Hologramme überall geändert, dass sie spiegelverkehrt sind, wenn die Kamera hinten dran ist, außer die auf der Disco. Die sind immer noch lesbar, wenn die Kamera hinten dran ist. alle anderen sind spiegelverkehrt, egal wo, auf welchem Schiff, eine Station und so weiter, nur die auf der Disco, die sind immer noch, die sind immer noch so. Okay, also okay, alles gut. Sie schaffen es ja auch, diese unglaubliche Bandbreite nutzen zu können für Hologramme, aber haben so beschissene Mikros da und Audio, die sie damit übertragen. Wobei später, wenn sie da auf den Motorrädern sind, dann haben sie eine fantastische Kommunikation. Also dafür, dass das so laut ist, hören die sich, also ich glaube manchmal, die haben das ja eingebaut im Kopf oder so, weil anders funktioniert das gar nicht mehr. Und was mir inzwischen auch wirklich, also ja schon übergriffig ist, weißt du, das ist so eine Serie, die so auf Achtsamkeit und Wertschätzung oberflächlich Wert legt, aber wenn es ums Beamen geht, klopft halt keiner mehr an. Das ist so übergriffig, diese Ort-zu-Ort-Transporter, die sie da haben, plötzlich apparieren da Menschen einfach so neben dir, nicht so, ey, ja, das ist, sehr unangenehm, also mir wäre das extremst unangenehm, wenn ich damit rechne, muss das jederzeit, bup, hier auf einmal einer neben mir steht, ja. Ja, ja, gerade aus der Dusche rausgekommen, hallo. Genau, ich meine, das konnten sie natürlich theoretisch schon immer machen, aber sie haben es halt nicht gemacht, weißt du, also, ja, keine Ahnung. aber da sind sie ja in Not, da müssen wir ja viel schnell machen. Ja, gut, okay, von mir aus. Na gut, also man findet dann dieses, dieses Scout-Schiff und an Bord ist dann, wer hätte es gedacht, ein Skrull von Diorville und Shin-Hati aus Ahsoka, ähm, oder wie ich sie ab sofort nenne, nur noch Moll und Dior, und, ähm, zwei Abziehbilder von, von Space Pirates, ähm, die dieses, äh, was auch immer, schon aus einem Tresor schon rausgeholt haben, das fand ich auch wieder so lustig, ähm, also, dann sagt dann die Michaela, der Tresor ist leer, die Entschlüsselung dauert sehr lange, also müssen die Räuber noch an Bord sein, hä? Verstehe ich nicht, also, die Entschlüsselung dauert lange, okay, der Tresor ist schon leer, also müssen sie noch an Bord sein, hä? Verstehe den Satz nicht, ich habe zweimal zurückgespult, ja, um, um wirklich zu gucken, ob sie das sagt und sie sagt das und ich so, der Satz macht einfach keinen Sinn und sie haben dann auch später, haben sie noch 4,6 Minuten Zeit, kann mir bitte jemand mal in den Chat schreiben, wie lange 4,6 Minuten sind? Mhm, genau, also, falls es jemand weiß, wie lange 4,6 Minuten sind, dann möge es kurz in den, in den Chat schreiben, äh, ich weiß es nicht, ich bin aber in Mathe auch nie gut gewesen, deswegen schon, pff, alles gut, ja. Ja, abgesehen davon, dass ja die NASA jetzt raus tüffelt, was wir für Mondzeit machen, also wir sind jetzt schon daran, eine Weltraumzeit zu machen und keine Minutenzeit so ungefähr. das wollte ich nämlich vorher noch sagen, der Grund, warum du auch nicht weißt, wie viele, ähm, wie viel Zeit vergangen ist, ist, glaube ich, weil es auch wieder mal kein Logbuch mit irgendeiner Sternzeit gab, bei denen dann findige Hardcore-Trackies das dann wieder ausrechnen können, wann das denn jetzt gewesen sein könnte. Mhm. Hier, Romulaner-Schiffe des 24. Jahrhunderts sehen von innen aus wie Casino der Discovery, ja, da hatten sie, Mr. Stocky, da hatten sie wahrscheinlich gar kein Budget mehr, um irgendwas nachzubauen, sondern haben ein kleines Redressing der alten Sets gemacht. Aber wenigstens ist die Uniform von dem Romulaner so, wie sie sein muss, ja, irgendwie TNG-mäßig, ja. Ja. Okay, 4,6 Minuten sind also 4 Minuten 36 Sekunden. Okay, aber dann sind ja 4,5 Minuten, okay, das passt dann, okay, dann sagen wir es so recht, wenn du das gerechnet hast, dann passt es, alles gut. Aber von wegen Moll und Dur, ich meine, einer der Punkte, in der The Chase war, dass die auch relativ früh mit anderen Spezies zusammengearbeitet haben, um gemeinsames Ziel zu verfolgen, hier überhaupt nicht, hier ist nur klassischer Antagonist. Ja, wobei, da sind wir uns, glaube ich, einig, Dur und Moll wären nicht die Bösewichte dieser Staffel sein. Wahrscheinlich. Ja, weil, als dann ja noch rauskam, da greifen wir jetzt ein bisschen vor, dass das ja dann die, die Tochter vom besten Buddy vom Book ist, ja, die mit dem komischsten De-Aging-Effekt ever, also, als er dann den Computer sagt, okay, jetzt verjüngle dieses Bild auf ein siebenjähriges Kind und es ändert sich halt die Augenfarbe, die Haarfarbe, die Nase, der Tochter, es ist so, es ist halt ein komplett anderes Kind, ja, es ist so, es sieht nicht mal so ähnlich aus, ja, da hatte ich mir auch so, ah, und ich weiß ja nicht, wie viel die schon gedreht hatten, als Ahsoka rauskam, ne, aber, wenn ich die gewesen wäre, dann hätte ich ehrlich gesagt die Perücke von der, von der Moll noch mal geändert, weil, die sieht halt einfach aus wie, äh, Shati Haity oder wie die heißt, ne, aus Ahsoka. Tim, da hat die mich dran erinnert, ich hab eher irgendwie an so einen Blade Runner Androiden gedacht. ein bisschen am Pris, äh, ein bisschen aus wie Pris sieht sie auch aus, das stimmt, ja, das ist richtig, ja. Ah, und dann gibt's aber diese, dann haben sie aber diese, weißt, weißt, was, ich mach mal jetzt was Positives, ne, weißt du, was ich cool fand? Diese, diese, ähm, Bubble Waffe, wo die zwei, äh, wo der, die zwei da, äh, die zwei anderen Sternflotten Fuzzis da eingeschossen wurden. Achso, ja, aber das ging so schnell, dass dem konnte ich nicht ganz folgen, was das für eine Waffe war, ja. Ja, das war halt einfach so ein Ding, also, da hab ich ja gedacht, na guck mal, da wollen sie sie gar nicht umbringen, aber später, diese, diese, diese schwarze Lochgranate oder was das da war, die ist dann mehr oder weniger halt dafür da, um dann doch alle zu killen, also so, ähm, komische Feinde, ne, ähm, okay, und aber dann konnte... Ja, aber die haben auf jeden Fall persönliche Cloaking-Devices. Ja, genau. Und, ähm, naja, und dann sehen wir halt dann später auch noch wieder mal den, diesen, diesen, äh, Raumanzug, der instantmäßig sich ausfällt, den kennen wir schon, ne, ich glaub, der ist nicht neu. Ja, da musste ich mich auch wieder dran erinnern. Ich mein, ein cooles Feature, bestimmt sehr praktisch, aber irgendwie dann doch sehr von Iron Man geklaut. Ja, sie macht auch eine Superheldenlandung auf dem Schiff. Natürlich. Also, literally eine Superheldenlandung. Und, ähm, Apropos unsichtbar, apropos Cloaking-Device. Hast du mitbekommen, dass man sich selber so ein Ding mittlerweile kaufen kann in seiner Kickstarter-Kampagne? Erinnerst du dich an diese, ähm, Boxen, die in den viralen Videos rumgegangen sind, die quasi einen verschleiert haben? Nicht unsichtbar, aber verschleiert. Es sah aus, als ob man durch Milchglas durchgucken würde. Der Hintergrund ist gut zu sehen, aber die Leute, die dahinter stehen, sind einigermaßen nicht gut zu sehen. Da war vor ein paar Jahren hat, ging das mal fürs Militär rum, in so ein paar viral Videos. Jetzt kann man sich so ein Ding... Nee, ich erinnere mich an ein anderes System. Ich erinnere mich an so ein System, wo das Ding irgendwie rund um Kameras hatte und man das mit so einem LED-Lichtern überzogen hat und dann praktisch das Bild von hinten nach vorne projiziert und daran erinnere ich mich. Aber das Glas, nee, kenne ich jetzt nicht. Das kann man, das hat jetzt diese Firma, die das, äh, gemacht hat. Das heißt, glaube ich, The Real World Invisibility Shield. Ich schicke, ich schicke dir sofort mal den Link dazu. Für ein paar Euros kann man sich das quasi holen, so ein kleines. Das könnte sogar ein großes Teil dahin stellen und hätte mehr oder weniger, ja, so einen halben Harry Potter Umhang. Ich habe schon fast überlegt, ob ich wenigstens in so eine kleine Version mal investiere, weil die ja schon, das schon ziemlich cool aussieht. Das hat überhaupt gar keinen Sinn. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, so ein Ding zu besitzen. Aber, äh, so als Sci-Fi-Nerds ist es schon sehr lustig. Und da musste ich dran denken, als die ihr Cloaking-Ding da gemacht haben. Ja, aber dann könntest du ja vielleicht eine ganz neue Art von Zaubertricks sozusagen dann auch, äh, erschaffen damit. Da könnte man ja vielleicht irgendwie was machen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es so ganz sinnlos ist, ne? Naja, genau. Es ist nicht sinnlos. Es wird vor allen Dingen, ich glaube, es war damals so für den militärischen Einsatz gedacht. Ich fand es nur lustig, dass man sich jetzt in so einem Kickstarter für so ein kleines Invisibility Shield kann man für 49 Pfund sich bestellen und hat dann Glück, dass das mal im Dezember ausgeliefert wird. Okay, ich habe die alte Kickstarter-Kampagne da gehabt. Es gibt eine neuere mittlerweile. Aber ja, ähm, ich finde es, es ist cool. Also wir sind abgeschweift, aber wollte ich nur mal so erwähnen, dass es heutzutage schon geht. Okay, gut. Also falls ihr mal unsichtbar werden solltet, dann kauft euch, äh, äh, so ein Tool oder beziehungsweise investiert da drin. Ja, also da sind wir also auf, äh, äh, Michaela schießt mit einem Phaser, einem normalen, auf die Hülle eines Schiffs, das dann irgendwie droht, kaputt zu gehen. Okay, keine Ahnung, weiß auch nicht mehr genau, was jetzt alles ausgehalten wird von solchen Schiffen. Und dann kommt auf jeden Fall ein weiteres Schiff und, äh, da ist dann an Bord der neuer Käpt'n, den wir noch nicht kennen, der mich aber, also wir kennen ihn schon, äh, denn der Schauspieler, ähm, der Callum Keef, ähm, Renni, Callum Keef Renni, äh, der hat, äh, nämlich den, ja, wie hieß er jetzt, ähm, in Battlestar Galactica, einen von den Klonen, äh, von den Zylonen, ach, den Lioben hat er gespielt, ganz genau, ja. Ja, da kennt man ihn besonders von. Ich kenne ihn nur daher, woher müsste ich ihn noch kennen, oder könnte ich ihn noch kennen? Der muss ja irgendwas anderes noch gemacht haben, der wird ja nicht plötzlich von, Ja gut, der war noch in, der war noch in, der war noch in, der war noch in Californication drin, der war noch in, in Jessica Jones drin. die Academy hat er sogar auch mitgemacht. Aber da hab ich, ist er mir jetzt halt nicht so hängen geblieben, ne, also von daher, ja, und, äh, Mr. Twitcher ist vollkommen zu Recht, wir nennen ihn ab sofort auch noch Captain 007, ähm, denn, ähm, er ist, im Deutschen wird er dann auch noch gesprochen von der gleichen Stimme wie Daniel Craig und er hat dann auch so Daniel Craig Vibes, ja, also denkst du halt die ganze Zeit, Daniel Craigs mit Spock Ohren rennt durch die G, und, äh, James Bond macht jetzt hier den Captain, ja, ähm, das ist im Deutschen mit der Synchro wieder höchst irritierend, weil er ihn halt auch genauso intoniert, äh, wie Daniel Craig, ja, also, ja, Gettemann. Also du guckst das weiterhin auf Deutsch? Ja, 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 ich will, äh, es reicht schon, wenn ich meinen Hirnzellen beim Sterben zuschauen kann, dann muss ich sie nicht noch wenigstens mit schlechtem Schauspiel auch noch, also, weil ich hatte es in der letzten Staffel schon gesagt, die Synchro reißt echt einiges raus, ne, Okay, ja, ja, das muss man ganz klar sagen. Ja, die streiten sich dann also kräftig um die Wette, und, äh, wir wissen immer noch nicht so genau, worum es geht irgendwie, naja, und dann, wissen die ja selber auch nicht. Sie wissen es ja selber irgendwie auch nicht, aber es geht ja um ein Gerät, das Leben schaffen kann. Und dann denke ich mir so, ja, aber das gibt's doch schon. Das heißt Genesis Device und ist schon uralt. gut, also so eine neue Technik kann das jetzt ja halt auch irgendwie nicht sein, aber offensichtlich ist es das, oder? Ja. Ja. Also ich hab's auch so verstanden, dass es, beziehungsweise, dass sie so die Erklärung gemacht haben, ja, es geht auf diese Gründer zurück, die das Leben erschaffen haben. Und wahrscheinlich ist dann wieder die typische Filmlogik, dann kann man ja auch eine Anti-Lebens-Sache daraus machen, so ungefähr. Aber auch hier will ich nochmal wieder auf The Chase zurückkommen. Die sagen ja selber, dass sie einfach nur die Samen fürs Leben gesetzt haben, beziehungsweise das in die Samen vom Leben gestreut haben, in die DNA-Samen. Die haben jetzt nicht unbedingt, man kann nicht unbedingt sagen, dass sie das Leben selber geschaffen haben, sondern dass sie nur eine Spur von sich auf Planeten gelassen haben, auf denen sich gerade Leben entwickelt. Aber trotzdem kann man's dann wieder irgendwie trotzdem, also ich hab's nicht verstanden. Und das ist doch auch wieder ein blöder McGuffin. Ich hab dann auch auf Instagram heute gefragt, mal so nach den ersten Eindrücken unserer Insta-Follower und ein paar Meinungen zur Show. Und da kam halt eben auch, ja, zum Beispiel vom Krischer Buzzword und McGuffin-Bingo vom Feinsten, ja. Allerdings gibt's auch durchaus, wie zum Beispiel Melanie sagt, toller Auftakt, aber Book nervt. Also okay, beides, beides dabei. Bei Book sind wir aber noch nicht. Da müssen wir ja gleich nochmal über den sprechen, beziehungsweise über die Never-Ending-Geschichte. Ja gut, und dann stoppen sie die zwei, also nicht ganz, die können dann irgendwie entkommen. Und ja, und dann ist man natürlich dann an der Stelle, wo man sagt, okay, jetzt wollte ich nämlich mal erklären, dass zwei Szenen, die spannend sein können und eine Szene, die halt nicht spannend ist. Also diese Szene mit Michaela auf dem Schiff, wie sie mit dem Phaser da drauf rumballert, war einfach nicht spannend. Sie war langweilig. Ich fand sie langweilig, weil erstmal hat ja Michaela alle Zeit der Welt, weil sie ja kräftig noch mit Captain 007 da diskutiert. Und du weißt eigentlich gar nicht genau, was sie vorhat und klappt das überhaupt etc. pp. Weil plötzlich ist da jemand, also ich hab die ganze Zeit auch nur gefragt, kann ich überhaupt bei Warp da draußen rumlaufen und solche Sachen. Also das war alles irgendwie nicht. Und da ist mir eingefallene Szene aus Silo, die ich jetzt kurz mal sage, ohne zu spoilern, das ist jetzt auch kein, wo in diesem Silo die Turbine kaputt geht und die, die reparieren müssen. Also erinnerst du dich dran oder hast du die Serie noch gar nicht gesehen? Ich erinnere mich nochmal ein bisschen mehr in den Kontext. Also diese große Turbine, die rumort immer in allen paar Stunden und dann müssen die die öffnen und drunten kommt aber der Dampf raus. Ach so, ja. Ich habe übrigens die Bücher gelesen, ich kann empfehlen, die Bücher noch zu lesen. Aber die Trilogie ist sehr spannend. Auf dem Wort einfach so viel Zeit haben wir nicht. Und also da gibt es also eine Szene, die müssen also diese Turbine reparieren und sie haben nur vier Minuten Zeit oder drei Minuten Zeit, weil sie da den Dampf abstellen müssen und wenn sie den Dampf können sie nicht länger abstellen, weil sonst explodiert und alles und so weiter ist egal. Auf jeden Fall ist das scheißen spannend. Und das ist jetzt in der zweiten Folge mit dem Hauptcharakter, also wo du eigentlich weißt, ah, Hobbes wird ja nicht gehen. Ja, aber trotzdem ist diese Szene richtig, richtig, richtig spannend inszeniert und du sitzt da wirklich immer auf der Cow und denkst, ah, komm, 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 lass sie das schaffen, lass sie das schaffen. So, und das hier, also die erste Folge war, und die zweite Folge war richtig langweilig. Also die zweite Folge fand ich richtig gehend langweilig und das ist mir so eingefallen, wo ich mir so dachte, so, ja, guck mal, hier kannst du eine Szene richtig spannend inszenieren mit einem Charakter, den du gerade mal 45 Minuten kennst. Und hier siehst du jemanden, den siehst du schon seit 40 Stunden und fieberst halt keine Sekunde mit dem mit. Und, also nicht mal, nicht mal irgendwas. Und was, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, es darf ja wirklich in diesen ersten beiden Folgen, außer Tilly so ein bisschen, darf ja keiner irgendwas machen. Also die Brücken-Crew darf gar nichts machen, außer einen Satz zu sagen. Die haben literally alle nur einen Satz. Da holen sie die Depp mal wieder und die Wuschoduschel, die Wuschida und wie sie alle heißen und die sagen halt literally einfach nur einen Satz und sonst gar nichts. Ja, ist ja die Michael-Show am Ende, ne? Ja, ja, und sie ist es halt leider immer noch. Aber gut, wie gesagt, haben wir ja vorhin gesagt, wenigstens an der Stelle konsistent. Gut, also der Book muss helfen, denn nur er kann natürlich dann Woll und Dur aufspüren, weil er versteht sie ja. Und dann kriegen wir mal wieder, und das gibt mir inzwischen auch so auf den Piss, ne, mal wieder diesen üblichen, beide laufen durch den Flur und erzählen von ihren alten Geschichten-Dialog, den wir jetzt jedes Mal haben, nur dass wir noch nie eine einzige dieser Geschichten jemals gesehen haben. Auch hier, es kann funktionieren, siehe The Chase, wo Picard und sein Professor über alte Dinge reden oder wo die zwischendurch in TNG auch nochmal durch Gänge laufen und sagen, erinnerst du dich noch daran, erinnerst du dich daran? Das fühlt sich aber durchaus organischer an, als alles, was die uns zeigen. Das meine ich so den Unterschied zwischen, ich kaufe einem Jean-Luc Picard und seinem Professor die Lebensgeschichte ab, aber den beiden irgendwie nicht. Vielleicht, weil es unsere beiden Hauptcharaktere hier sind, die theoretisch ganz viel miteinander gemacht haben müssen, aber alles, was die machen, hat nicht mehr mit dem zu tun, was sie früher mal gemacht haben zusammen. Ja, ganz genau. Das ist, wo es auch schon nicht funktioniert hat, ein bisschen besser, aber auch nicht wirklich gut, war zum Beispiel bei Anakin und Obi-Wan. Das war genau das Gleiche. Ja, da haben sie auch immer von irgendwelchen Abenteuern gesprochen, die sie zusammen erlebt haben und deswegen sind die jetzt so buddy in Revenge of the Sith, aber gesehen, keine Ahnung, hat man es ja nie. Und das erinnert mich immer so ein bisschen dran. Naja, gut. Ja gut, aber bei Star Wars weißt du, dass das mindestens mit dem nächsten Buch oder der nächsten animierten Serie ausgefüllt wird. Genau. Na gut, also die sind dann entkommen, dann herrscht ein bisschen Uneinigkeit, ein bisschen Ratlosigkeit und dann haben wir ja den Admiral Vance und der sagt dann, ja, hier, Captain 007 und Michaela, ihr macht das jetzt. Und dann fragt sie noch so, ja, okay, und wer ist jetzt der Chef? Und er dann so, ja, das macht ihr jetzt unter euch aus. Aha. Was ist das für ein Führungsstil? Also ich meine, die Mission ist ja schon zum Scheitern verurteilt. Also das kann ja nicht funktionieren. Naja, okay. Und dann sind wir auf Tatooine. Ja, dann sind wir auf Tatooine. Ja, und da frage ich mich ja, dieser Fred vom Jupiter war ja ehrlich gesagt so für mich das Highlight dieser Folge. Ja. Weil ich die ganze Zeit überlegt habe, okay, hatten sie jetzt einfach nur keinen Bock auf Brand Spiner? War der zu teuer? War das die Aging zu teuer gewesen? Haben sie einfach gedacht, ah, das wäre jetzt wirklich einfach nur noch peinlich, wenn es jetzt schon wieder Brand Spiner gewesen wäre. Wobei, das wäre dann wahrscheinlich einer der wenigen Schauspieler gewesen, die fast so bis auf die Urserie überall mal mitgespielt hätten. Ähm, und, aber da dachte ich mir so, ach, okay, das könnte aber doch ganz cool sein. Also da habe ich wirklich gedacht, aber, du weißt meinen Spruch, hat der Charakter einen Namen, sage lieber schon mal Amen. Ja. Wobei, der kommt vielleicht noch mal. Auch, auch, auch perfekte Parallele to the Chase, ähm, to the Chase, weil dort gibt es eine Szene mit Data und diesem Klingonen, wo der Klingone auf Data zugeht und sagt, ich hab gehört, du bist so stark, lass uns unser klingonisches Armdrücken machen. Und Data so einmal, klok, uff, war der Klingone besiegt. Und hier kommt der Data-Verschnitt nicht gegen zwei einfache Diebe, klar? Ja. Und ich meine, Data hat schon etliche Schüsse ausgehalten, also von daher, den haben die immer wieder zusammengeflickt, also, ja, okay, deswegen glaube ich, vielleicht, vielleicht kommt der auch noch mal. Also ich fände das cool. Ja, ich hätte es mir gewünscht. Ja. Aber er kommt nicht, er wird nicht mehr, er wird nicht mehr kommen. Also, ich hätte mir gedacht, er kommt noch, weil sie ihn einsammeln, also, da habe ich mir direkt gedacht, die sammeln ihn ein, beleben ihn wieder, dann haben wir eine Data, äh, äh. Lore-Geschichte, sowas, ja. Eine Lore-Geschichte, wo wir ihn sehen, wo vielleicht sogar nur der Oberkörper dann noch da ist, oder der Kopf da ist, in der Richtung, ne? Ja, ja. Machen sie ja alles nicht. Machen sie ja alles nicht. Zack, er ist, und dann reden sie über ihn, dass sie ihn wiederbelebt haben und dass sie Infos von ihm bekommen haben. Und das war's. Das war ein kleines Cameo, das war ein kleines Easter Egg, Member Berries, und das war's. Nee, nee, weißt du, nein, nein, das, da haben sie sich richtig Mühe gegeben. Weißt du, worauf die sich heute noch einen abwählen im Writer's Room? Warum, dass ihnen die selbstdichtenden Schaftbolzen eingefallen sind? Darauf feiern die sich jetzt noch, ja? Und die Jumjajsticks, äh, Jumjajsticks, oder wie die Dinger heißen, dass ihnen das eingefallen ist, da hat sich einer, das gab's doch mal, das war doch mal so ein Gag in so einer DS9-Folge. Ah ja, das ist lustig, das schreiben wir rein, dann finden die Fans das geil, und dann feiern die das ab. Und die feiern sich dann da auch drüber, ich sag dir das. Und weißt du, was ich so geil fand, war? Also, da, da musste ich zum ersten Mal so richtig laut lachen. Als dann Ed Michaela sagt, finden sie raus, ob er Familie hatte bei dem Androiden. Naja, nun, man weiß ja nicht, wie die Synths sich entwickelt haben. Wenigstens war's ein Mini-Callback hin zu PK, Staffel 1 war das mit den Synths? Ich glaub, das war Staffel 1 alles mit den Synths, ne? Ja, aber es war, ich weiß, ich hab das schon verstanden, aber wann hat jemals irgendwann irgendwo in irgendeinem Film oder irgendeiner Serie mal gesagt, bei irgendeinem Wachmann, der randommäßig umgeschossen wurde, und jetzt informieren sie bitte noch seine Familie. Also, weißt du, aus dem Ding halt, ne? Also, ja, okay. Und ich glaub, wer sich auch heute noch freut, ist Stamets, dass Liebelein ihn nicht dazu verdonnert hat, seine Kabelkiste wegzuwerfen. Denn, diese Kabelkiste, die wird nochmal wichtig, weil jetzt holt er nämlich die alten Chinch-Kabel raus und kann denen das machen, was die Borg in First Contact nicht hingekriegt haben, schafft jetzt Stamets mit seiner alten Kabelkiste nämlich das Gehirn von dem Androiden auszulesen. Okay, gut. Du, da sind wir bald auch. Wenn alles nur noch induktiv geladen wird und kein USB-Stecker mehr da ist, dann können wir auch nicht mehr auf die Geräte zugreifen. Da hast du recht, ja, da hast du recht. Vielleicht, deswegen hebe ich meine Kabelkiste auch auf. Hüte ich wie ein Schatz. Ja. So, und dann kommt dieses, dann kam nach vielem hin und her und ein bisschen Indiana Jones, ein bisschen Blabipeng, kam für mich das Absolute, also wirklich, das war für mich der Tiefpunkt vom Tiefpunkt vom Tiefpunkt und wir haben schon über eine Menge Tiefpunkte gesprochen, ja. Aber als ich dem Forever Nerd Girl erzählt habe, dass sie bei Star Trek jetzt mit Schiffen Gerölllawinen aufhalten, indem sie sie mit der Untertassensektion nach vorne in den Sand rammen. Da habe ich ernsthaft, da war wirklich, da war, ich kann, also jetzt kann ich es nicht mehr ernst nehmen. Das ist der größte Schwachsinn, den ich jemals außerhalb eines Asylum-Films gesehen habe. Also so ein grundlegender Bullshit. Ich meine, erst mal, jetzt hält so ein Schiff alles aus. Es hält jetzt alles aus. Literally, es hält jetzt alles aus. Du kannst jetzt crashen, scheiß drauf. Nicht nur, dass sie dann innen drin die Physik auch völlig falsch hatten, weil die standen ja trotzdem noch alle gerade. Okay, haken dran. Angeschnallt hat sich auch keiner. Weißt du, es hätte so viele andere Möglichkeiten gegeben, erst mal diese blöde Szene einfach komplett wegzulassen, weil das hat jetzt genau welchen Mehrwert gehabt? Gar keinen, ja. Hat man Parallelen zu Shogun. Vielleicht wussten sie, dass Shogun gleichzeitig rauskommt. Keine Ahnung. Dann hätten sie es halt irgendwie, die Schiffe zumindest irgendwie vor der Stadt parken lassen, ja. Also so schweben. Und dann wäre diese Welle gekommen und dann wäre das Schiff irgendwie so zur Seite oder keine Ahnung. Aber die Dinger in den Boden rein zu crashen, ohne überhaupt mal drüber zu diskutieren, ob das vielleicht eine gute Idee wäre, wenn es so ein Desperate Move gewesen wäre. Aber nein, die machen es einfach. Ich so, ohne Scheiß, da saß ich wirklich, ich saß fassungslos auf der Couch und dachte mir, okay. Wie heißt das bei Serien im Amerikanischen? Jump the Shark? Jump the Shark, genau. Spätestens jetzt ist Discovery über den Shark gesprungen, aber sowas von. Also es war wirklich mit Abstand der größte Schwachsinn und der größte Quatsch. Also es war sogar noch dümmer als die Space Laser Orchideen. Die waren schon dämlich, aber das war wenigstens noch irgendwie eine Sci-Fi Idee, aber das ist einfach nur richtig, richtig scheiße. Und wie Sam Quetzel im Chat richtig schreibt, but it does look cool, ganz genau. Es sieht cool aus, ganz genau. Es hat ja gezeigt, wie ich mich da gefühlt habe, weil ich glaube, ich bin mehrmals während dieser zwei Folgen kurz weggenickt. Bei der ersten Folge noch nicht, aber bei der zweiten habe ich irgendwie angefangen, tausend Sachen dann nebenher zu machen. Also es war, also das war wirklich für mich der absolute, der absolute Tiefpunkt. Also es ist so ein Quatsch, ja, aber because it looks cool, deswegen machen wir das, ne? Ja, warum? Na gut, also dann. Hängt mein Herz jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr dran. Ich habe es für mich abgehakt und dann war es okay. Aber ich sage dir, was noch wichtig wird, als die dann das Schiff reinigen von dem Sand, da kriegt der Sand so eine komische Eigenschaft, die wird bestimmt noch wichtig. Da sagt der irgendwas, der Sand hat irgendwelche komischen, der blockiert gerade unsere Bla-Bla-Systeme oder irgendwie so ein Quatsch. Da kommt bestimmt noch irgendwas, irgendwie sowas. Da werden die noch irgendwas machen. Schreiben wir uns auf. Nächste Folge. Genau. Gut, jetzt wissen wir immer noch nicht genau, worum es geht, aber Ed Mishaela findet natürlich aufgrund von der Tatsache, dass es also ein System mit zwei Monden ist, sofort das Richtige? Also, oder hat Zora das gefunden? Das habe ich nicht verstanden. Hat jetzt die Mishaela unter Millionen, Milliarden von Sonnensystemen sofort das erkannt, wo zwei Monde, was übrigens physikalisch völlig unmöglich ist, aber es ist Star Trek, es ist New Trek, scheiß drauf, es ist physikalisch völlig unmöglich, einer müsste immer schneller sein, ist egal. Also, das hat sie jetzt so, habe ich das richtig verstanden, dass sie das sofort wusste, welches das ist? Oder hat ihr Zora das gesagt? Weil da stand auf einem Monitor stand so ein System, aber wie ist sie denn da drauf gekommen? Das habe ich nicht verstanden. Also, ich habe das so verstanden, dass sie sich daran erinnert hat von ihrer Zeit, als sie mit Booker rumgelaufen ist. Okay. Und das kann sonst niemand? Also, niemand in der Sternenflotte kann das? Nee, deshalb wird sie ja auch für alles beauftragt. Und sie braucht, und sie braucht, also, und deswegen kann sie auch den Kovic damit erpressen, indem sie sagt, ich sage dir das aber nicht, LL Badge, wenn du mir nicht sagst, worum es geht. Okay. Okay. Ja. Gut. Ja. Ja, und dann ist so. Wie sagt man heutzutage, ist so. Ja. Wie der Chatle mich schreibt, wenn Zora das wusste, dann hätte er das Kovic das auch gewusst. Also, es war mal Michaela, die erleuchtete. Ja, also, es ist dann so. Ja, gut. Dann geht's, wissen wir es jetzt also, es geht um ein Gerät, also um ein Genesis Device 2. Okay, gut. Warum auch immer. Ging's denn in The Chase überhaupt um eine Maschine? Nö, es ging so nur darum, dass die halt, von der Maschine war doch da nie die Rede, oder? Nein, kein bisschen. Die haben dieses Rätsel, was in den DNA-Strängen von verschiedenen Spezies waren, gelöst, dass die halt das Puzzle zusammensetzen, um zu gucken, was kommt da raus. Alle waren aus irgendeinem Grund dahinter her, wo auch keiner so richtig sagen konnte, warum jeder dahinter her war. Das war halt der McGuffin der Folge. Und dann am Ende sind sie auf diese Spezies gestoßen. Also, es war eine nette Schnitzeljagd. Und wie ich eben schon gesagt habe, es ging darum, dass am Ende alle zusammenarbeiten sollten und irgendwie alle eine gemeinsame Basis haben. Aber es ging nie darum, dass diese Spezies, die da früher rumgehangen hat, was anderes darstellen sollte als der gemeinsame Nenner für alle in der Galaxie. Okay, gut. Okay, gut. Also, da hatte ich es nämlich auch in Erinnerung. Ja, ich hatte es jetzt ein bisschen abstrakter in Erinnerung, aber so oder so ähnlich hatte ich es nämlich auch in Erinnerung. Ja, für guter Beitrag. Aber jetzt frage ich mich gerade mal das Tagebuch, wurde das in der Folge gesagt, weil das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. War das jetzt vom Galen oder war das von so einem romulanischen Wissenschaftler? Ich glaube, das war von dem romulanischen Wissenschaftler, der da so hinten links stand. Okay. Also, ich glaube nicht, dass das von dem Galen war. Nee, glaube ich nicht. Ja. Lustig fand ich dann auch, dass dann als Bild von Picard das Bild genommen wurde aus der Folge. Ach, come on. So, komm. Ihr habt genug Promo-Shots von Patrick Stewart. Ihr könnt so ein Bild aus einer Akte nehmen, doch nicht so ein Szenenbild aus ... Nee, komm. Na, egal. Okay, gut. Ist ja öfter so. Ist ja nicht bei, weiß Gott, ja nicht bei denen. Also, es war ja beim ... Wo geht mir das auch immer an? Das geht mir auch bei ... Ach, genau, hier bei ... Ist das der mit den Wahlen, wo man dann auch, Wrath of Khan, die Zerstörung, wo man das von außen sieht, wo sie das als Beweismittel dann, glaube ich, da haben. Da sieht man dann die Zerstörung der Reliant und der Enterprise irgendwie. So als ... Also, die Filmszene halt, ne, aus Star Trek 2. Und das geht mir jedes Mal auch immer so auf den Keks, wo ich mir denke, so, nee, da war keine Kamera. Traum. War da nicht. Aber gut. Da waren Sophonen, und da kommen wir wieder zum Three-Body-Problem. Egal. Genau. Nee, äh, ja, ja. Aber sie sollten ... Ich meine, ist ja interessant zu wissen, wie wird die Geschichte sich an Jean-Luc Picard erinnern? Wird sie sich in einem Bild aus seiner Enterprise-Ära erinnern? Oder wird sie sich an ihn als später gestandenen Admiral erinnern? Also, das könnte man sich ja auch überlegen. Naja, in seinem Wikipedia-Eintrag gibt's dann jetzt halt schon neuen Reiter Kontroversen und Kritiken. Ja, äh, ja, und wo dann erst mal so alles aufgelistet wird, ja. Ähm, ja, also ... Okay, also das war die erste Folge. Ja, und die zweite ist ehrlich gesagt relativ schnell erzählt. Sie ist so eine Mischung aus dieser einen Waffenhändler-Folge aus TNG. Ähm, falls du dich an die noch erinnerst. Da hatten sie nämlich auch so Drohnen. Und, ähm, ja, dann haben wir jetzt noch ... Wir kriegen noch so ein bisschen Adira-Subplot. Wir kriegen noch so ein bisschen Tilly-Subplot. Ähm, lass uns mal eben kurz vielleicht mal über Tilly kurz reden, weil das vorhin im Chat schon angesprochen wurde. Wie gesagt, man hat sie so ein bisschen reingecrampt, dass sie halt jetzt auch wieder dabei ist. Äh, ja, mei ... Hast du verstanden, warum? Weil sie sich als Technikerin mit diesen Themen auskennt. Das ist ihr Spezialgebiet oder so. Nee, also warum sie da jetzt zum Hacken angestiftet wurde, bei dem sie sich auch noch erwischen lässt, hab ich nicht verstanden. Nö. War mir nicht klar. Also hab ich nicht nachvollziehen können. Und, äh, ja, und dann jetzt gibt's ja noch diese Liebelei. Und ich frag mich halt dann, warum muss ich diesem Charakter, der schon raus war, warum muss der jetzt eigentlich noch in der letzten Staffel für die letzten vier, äh, sechs, acht Folgen noch eine Love-Story kriegen? Also, why, ja? Promo für die Starfleet-Academy-Serie. Die wird ja aber hoffentlich in der anderen Zeit spielen und nicht mit Tilly sein, oder? Das wird mit Tilly in der, in dem 32. Jahrhundert sein. Angeblich haben sie ja das größte, äh, Star Trek, äh, Set ever dafür gebaut. Ja, gut, aber ... Ja, ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass es mal dann anders gewesen wäre, aber hatten wir nicht schon darüber gesprochen? Dadurch, dass sie ja als Lehrerin dann quasi abkommandiert wird, ist es ja logisch, dass sie sie dafür nehmen? Äh, nee, also ich wusste, dass es diese Serie geben soll, aber wann die jetzt spielt, hab ich mir ehrlich gesagt nie drüber Gedanken gemacht. Und ich hatte irgendwie so die, keine Ahnung, ich hab mir gar keine Ahnung, ich hab mir jetzt halt gedacht, die ist in irgendeiner Zeit, die ein bisschen interessanter ist. Aber Gott, jetzt ... Sagen wir mal so, der, der Blank-Canvas ist ja weiterhin da. In ein paar guten Schreiberhänden kann ja im 32. Jahrhundert ein bisschen was, äh, bedeuten. Und man kann ja viel Neues damit reinbringen. Und ehrlich gesagt, Sternenflotten-Akademie hatten ja genug Versätze schon in einzelnen Serien dabei, die uns gezeigt haben, was da abgeht und so, ne? Genau. Alumni, ja, ich bin schon runter von der Academy hier, Alumni, deswegen, ja. Ich hatte Frau Tilly nicht mehr in Mathe. Ähm, ja gut, okay, also dann sind die halt auf diesem, dann sind die auf dem Planeten, den Michaela sofort gefunden hat und dann hast du mir auch bei WhatsApp geschrieben, du hast dann irgendwie diesen, diesen Subplop mit diesen Drohnen da nicht ganz verstanden. Ähm, ich hab ... Nein, 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 ich, äh, hab ich nicht verstanden, ich hab gesagt EMP. Ach so. Für den EMP. Ich hab das mit dem EMP gar nicht mitgekriegt, aber ich hab auch, wie gesagt, hat nebenher tausend andere Sachen irgendwie gemacht. Ähm. Also ich hab gesagt, wenn, wenn ihr nichts weiß, wenn man nicht weiß, wie man aus einer Lösung rauskommt, aus einer Situation rauskommt, dann haben wir Deus Ex EMP. Ja gut, okay, das geht immer. EMP geht natürlich immer, da hast du natürlich vollkommen recht. Das stimmt. Ähm, ich fand's nur so lustig irgendwie, äh, dass die Drohnen, die nicht treffen und so, ja, Haken dran, das sind unsere Helden, alles gut. Äh, wobei es schon so ein bisschen inszeniert war, als dachte ich so, ah, ob der Saru nicht vielleicht jetzt dran glauben muss oder so, die hatten plötzlich solche Abschiedsszenen und so ein Kram, ja. Ähm, da dachte ich dann so, ah, okay, nicht, dass sie den jetzt hier killen, aber was ich dann wirklich auch wieder, und das war der zweite lächerliche Moment, war, als Saru dann mit seinen, äh, mit seinen Pfeilen diese Drohnen zerstört. Ich mein, wir hatten's ja schon ähnlich, er kann die Dinger ja abschießen, er scheint die ja mittlerweile unter Kontrolle zu haben, aber ja, es war ein bisschen, es war wie vieles in dieser Serie etwas kitschig. Ja, es war jetzt nicht kitschig, ich mein, wie, sind da Sprengköpfe dran oder was, also ich mein, ja, also, dann kann ich auch mit dem Stein nach den Dingern werfen, dann sind die auch kaputt, also, das weißt du, dass sie so, so Gift haben und so, alles gut, ja, und gegen Tiere und menschliche Angreifer und, äh, alles in Ordnung, aber gegen Drohnen ist auch... Aber sie haben es am Ende nicht erklärt, wie die beiden anderen, ohne die Drohnen zu zerstören, da durchgekommen sind. War dann das Cloaking-Device von denen, wie da was denen geholfen hat, weil die hatten ihre Probleme, da unerkannt rumzulaufen, aber, äh, Burnham und Co. nicht. Ne, das hab ich auch nicht verstanden. Andersrum, entschuldige. Ja, oder vielleicht wegen diesen persönlichen Tarnfeldern, die die haben. Ja, deshalb frage ich mich gerade auch. Es ist ja sowieso, die Bösen müssen ja sowieso meist einem Schritt voraus sein, mindestens einen Schritt, damit man auch hinter den herjagen kann. Ja, aber nimm zwei Kadam zu drück, ja, und deswegen graben die Nazis jetzt an der falschen Stelle, ja. Oh, jetzt haben sie doch die Indie-Referenz auch noch reingeballert. Ähm, und auch noch eine Parallele zu The Chase, weil sie bei The Chase die Kadassianer auch auf eine falsche Spur bringen, dem falschen Planeten sagen, wo die hin, äh, sollen. Oh, ey, das ist echt gut, dass du das geguckt hast. Schauen, das wusste ich gar nicht mehr, dass da Kadassianer überhaupt drin vorkamen. Okay. Okay, klar, aber warum auch nicht, ne, warum sollen sie auch nicht drin vorkommen? Ähm, ja, auch die Schlussfolgerung, die dann da war, ja, das müssen ja dann, äh, äh, Betasoiden sein oder Trill oder ich dachte, ja, oder halt Vulkan, ja. Also ich meine, das ist jetzt sehr vage Andeutung gewesen. Das könnte jetzt halt auch jeder von denen sein. Ähm, und dann so bestimmt halt zu sagen, so, ah, wir brauchen jetzt Trill nicht mehr. Gut, dann kriegt ihr jetzt vielleicht Adara wenigstens was zu tun. Ich hab ja immer Adara und Grey so ein bisschen geschippt, ne, und hab gesagt, hier, das sind wenigstens die einzigen likable Characters in der ganzen blöden Show. Ähm, ich mag nämlich inzwischen auch seit dieser Sendung, also seit dieser Folge jetzt auch Dr. Kalber nicht mehr, weil der ist mir sowas von drüber verständnisvoll. Das ist ja schrecklich. Also, wie der den Buck da herzt und umarmt und bla, so, das ist sein Therapeut gewesen. Jetzt komm ich da runter. Aber der war ja, der war doch immer schon so drauf. Ja, aber ich fand's in dieser Szene irgendwie so völlig drüber, ja. Mhm. Weiß ich nicht, vielleicht lag's auch in der, vielleicht ist auch mit Benjamin so ein bisschen der Synchro-Gaul durchgegangen, dass er da so, so drei Nummern drüber war, weiß ich nicht, aber, ach. Aber es passt ja auch weiterhin, also es passt weiterhin zu The Chase, wo diese, dass die, beim The Chase waren's ja eher so die DNA auch aus verschiedenen Ecken, wo jetzt nicht jeder unbedingt, wo nicht unbedingt alle Hauptspezies dabei waren. Und jetzt geht man mal, das gibt einem natürlich die Gelegenheit, die Convenience, das Plot-Device, um alle, die werden bestimmt noch bei den Vulkaniern, Slash-Romulanern oder wie sie jetzt heißen, vorbeikommen. Die werden bei den Trill rumgehen, die werden nochmal, Klingonen haben wir ja auch, müssen wir ja auch nochmal irgendwie sehen, die werden hier so ein Best-of in dieser Staffel dadurch reinbringen können. Ja gut, okay, sind wir mal gespannt. Ich weiß nicht, ob das jetzt das glücklichste McGuffin für eine Abschluss-Season ist, aber okay, gut, wer weiß, wann sie es geplant hatten, ob sie dann schon wussten, ob das die letzte Staffel wird. Zwei, drei Sachen habe ich noch so auf meiner Liste stehen. Sie fliegen jetzt also nach Trill, okay, Haken dran. Dann jetzt, also der Captain 007, der ist jetzt dann der erste Offizier von der Michaela, weil das ja total Sinn macht, dass zwei Menschen, die sich permanent streiten, dass sie zusammenarbeiten. Was ich aber nicht verstanden habe, ist, warum wird der jetzt degradiert oder rausgeschmissen? Das habe ich nicht verstanden, weil der Kovic sagt doch noch, by any means necessary, ja, also, und die Einzige, die sich mal wieder nicht dran gehalten hat, war Michaela, weil die hat nämlich die Phase auf Stun gemacht und hat nicht sofort losgeschossen, ja. Und der, ähm, und der Captain 007, der macht wenigstens was und man kann ihm doch nicht vorwerfen, dass die anderen diese Lawine ausgelöst haben, weil sie ihn angeblich auf die Idee gebracht haben. Also, das war mir alles, also, äh. Ja, bin ich auch nicht hintergestiegen, bin ich auch nicht hintergestiegen, weil letztendlich, vielleicht wollen sie es so ein bisschen als Spiegelcharakter zu Michael reinsetzen, weil sie hat sich vorher nie an die Vorschriften gehalten und sie setzten ihr jetzt einen Offizier hin, der, dem die Vorschriften auch egal sind, der quasi das macht, was Michael früher gemacht hat, obwohl sie es jetzt immer noch macht, ähm, das ist halt der Grund, warum sie es so reinbringen, aber der, den Weg dahin kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Ja, oder wie es im Chat richtig geschrieben wird, Captain Rayner hat eine Entscheidung getroffen, das wirft man ihm jetzt vor, Schwachsinn, ja, ganz genau. Das war halt vielleicht keine gute Entscheidung, aber er hat wenigstens eine getroffen, ja, also, ich habe es auch einfach nicht verstanden. Und, aber, und dann auch wieder, weißt du, das ist so dieses, dieses überkomplizierte, umständliche Schreiben. Wenn sie einen Gegenpart brauchen als ersten Offizier zu Michaela, ja gut, der Saru ist doch jetzt eh weg, also, den ist doch eh rausgeschrieben. Also, ist der Stuhl doch sowieso vakant. Dann kann ich halt, also, wenn ich eh einen neuen Charakter reinbringe, dann kann ich halt auch jetzt einfach sagen, ja, und das ist jetzt hier Captain Schnubbelbubbel oder Commander Schnubbelbubbeln, das ist jetzt hier ein neuer erster Offizier, so, ja. Und das ist dann vielleicht ein Ferengi und der findet dann Frauen scheiße, die angezogen sind oder so, keine Ahnung. Und dann hättest du wenigstens irgendwie was Lustiges gehabt. Aber, ähm, ja, keine Ahnung. Ja. Hau du uns alles jetzt nicht so vom Hocker. Sagen wir mal so. Ja. Ihr seht, so sehr, wie du auch drauf rumgehauen hast, hat sich für mich das ganze Niveau der Serie nicht stark verändert. Sie haben ein bisschen weniger, hatte ich gesagt, am Anfang Emotionen draufgesetzt. Sie haben ein bisschen weniger, äh, sie haben ein bisschen mehr Action gemacht, sie haben mehr, äh, weniger Mystery-Box, oder die Mystery-Box haben sie schneller geöffnet als vorher. Deshalb, ich fand's okay. Mich hat's nicht vom Hocker gehauen und ich hab mich jetzt nicht mehr drüber aufgeregt, weil ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so über, äh, Discovery aufregen will wie früher, weil der Zug ist eh abgefahren. Aber an sich, äh, an sich ist es okay. An sich ist es okay. Es ist Discovery-Niveau. Es ist strenger Discovery-Niveau und anstatt, dass sie sich auf TOS-Material berufen, berufen sie sich jetzt auf TNG-Material. Ja, also mal wieder halt nix eigenes, ne? Genau. 32. Jahrhundert, wir müssen uns trotzdem mit den Sachen aus dem 24. Jahrhundert beschäftigen. Und dann frage ich mich halt, ob das jetzt so die, die cleverste, also ob das jetzt so die, die wichtigste aller Folgen war, so, also, da hätt's doch bestimmt irgendwie andere gegeben, die, aber nein, 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 weil... Ich mein, du, ja, es ist, es hat mit den Anfängen zu tun. Ja, die kamen in einem, die kamen in einem, ähm, in einem YouTube-Video vor, ähm, 10 Things You Need To Know About Star Trek, da kamen die vor, ja, und deswegen kennen die die und haben gesagt, oh, das ist cool, ja, das machen wir, das ist super, nehmen wir mal die, ja. Ja, es ist natürlich das Problem, was Enterprise, beziehungsweise TNG damals hatte, dadurch, dass sie so episodenhaft geschrieben worden sind, der Fall der Woche war in der nächsten Woche fast schon wieder egal, außer dass Picard von den Borg mal entführt und, ähm, assimiliert wurde, ist eigentlich selten irgendwas wieder aus alten Episoden vorgekommen. Und natürlich ist sowas wie, wo kommen alle Spezies her, wie wurde der Samen fürs Leben in der Galaxie erschaffen, ist ein faszinierendes Thema, wo sich TNG eine Woche mit beschäftigt hat und dann nie wieder. Das hat unglaublich viel Potenzial, aber dieses Potenzial, bisher machen sie nur eine Kopie von The Chase auf 10 Episoden, sehe ich jetzt gerade, und haben wenig eigenes Material dazu gefügt, außer dass sie sagen, jetzt haben wir ein neues Anti-Genesis-Device, was, äh, äh, was da mit reingebracht wird. Die, also ich finde die Idee, dass sie diesen Gedankengang fortführen, finde ich super und der hat viel Potenzial, aber dann muss man es auch ordentlich machen. Mhm. Ja, was bleibt uns jetzt, äh, acht Folgen, die noch kommen. Ähm, ich hab einfach, äh, ne, tritt Einwanderer, lass jede Hoffnung fahren, so ungefähr geht's mir, also ich hab, ich, da ist kein Kredit mehr. Man darf mich jetzt gerne positiv überraschen mit einer von mir aus dämlichen McGuffin, aber wenigstens packenden Suche jetzt, oder Chase, damit jetzt irgendwie ein bisschen was, was bei rauskommt. Ich fürchte allerdings, wir werden das sehen, wie wir es immer sehen, das heißt, wir werden jetzt wieder zwei, drei Filler-Episoden dazwischen haben bei den zehn, und in den letzten zwei Folgen muss ich dann sozusagen alles nochmal aufgelöst werden, etc., pp. Es geht jetzt weiter mit der Folge, ähm, 58 insgesamt, Ginal, ja, äh, da müssen dann, so sagt die Synopsis, ähm, auf Trill müssen Captain Burnham, Buck und Calver eine gefährliche Prüfung bestehen. Uh. Ja. Ich mein, wie, wie alt sind die Trill, kann man sagen, wie weiß man im Trek-Universum, wie weit die Trill zurückgehen? Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass die sich jahrelang irgendwie versteckt haben vom Universum, aber ich kann mich jetzt auch irren, äh, irgendwie verwechseln, vielleicht weiß das im Chat irgendjemand, ähm, aber die sind, glaub ich, auch jetzt nicht gerade gestern, auf der Bildfläche erschienen, aber, ey, pff, das weiß ich jetzt nicht mehr. Was mir aber auch... Weil wenn sie, ja? Sie könnten es ja mit reinspielen, dass die Trill so alt sind, dass sie sich besonders an diese Anfänge erinnern von den Machern, die dabei waren, also dass irgendein uralt Trill dabei ist, der schon Jahrtausende zurückgeht und Erinnerungen an etwas, äh, hat an ein Geheimnis, was nur die Trill bisher bewahrt haben. Keine Ahnung, ja, kann sein. Ich hab mir nur halt immer gedacht, die haben halt, das hatte ich aber in einer anderen Staffelbesprechung auch schon mal gesagt, sie haben halt die Trill auch nicht verstanden, weil Adira und ihre Hosts sind halt einfach auch kein Thema mehr. Ich weiß auch gar nicht, ob Grey jetzt noch ein Thema ist oder ist der jetzt im Holodeck verbannt worden? Was ist mit dem eigentlich passiert? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Also was möchten wir diese Staffel geklärt haben? Okay, wir haben die Mystery Box, klar. Was erwarten wir? Wir erwarten ein Anti-Genesis-Device, womit das Leben in der Galaxie ausgelöscht werden kann im 32. Jahrhundert und das muss aufgehalten werden. Und vielleicht erschaffen sie damit ein komplett neues Leben und können sich hier nochmal verbreiten in einer anderen Galaxie irgendwie so. Wir möchten wissen, was Kovic macht, was der kann. Cronenberg, ist er wirklich Sektion 31, wo hängt er mit drin? Und ansonsten Herzschmerzabschiede. Eine Mirror-Folge brauchen wir noch, eine Mirror-Universe-Folge brauchen wir noch. Folge 5 heißt Mirrors. Ladies and Gentlemen, arrest my case. Also von 10 Folgen können wir schon wieder eine nur abziehen, die einfach nur wieder eine Quatsch-Folge ist. Wobei ich sag mal so, von mir aus mach es. Also es macht jetzt auch nicht mehr viel kaputt. Ja. Grey ist doch auf Trill als Wächter. Okay, ich kann mich, muss ich nochmal nachschauen. Boah, das weiß ich gerade auch nicht mehr, was mit Grey passiert ist, ja. Jungs, es tut uns leid, wenn wir uns nicht an alles von dieser fantastischen Serie erinnern. Wir besprechen sie wenigstens weiter, ne? Genau, wir machen auch, und ich hab auch, ich bin auch mal gespannt, es ist so viel Guter, also ich meine, wir sind ja dann hier jetzt, Ende Mai sind wir ja durch, und dann denke ich mir, wie weit bist du, wie bist du eigentlich in dem Fallout-Universum drin? Gar nicht. Das sieht recht vielversprechend aus. Ja, also, ich werd's mir anschauen, auch wenn ich keinen Bock auf Amazon Prime Werbung hab und auch keinen Bock hab, drei Euro im Monat mehr dafür zu bezahlen, dass man die gute Qualität, Streaming-Qualität bei denen bekommt. Nee, Fallout ist Prime. Sicher? Ja, Fallout ist Prime. Die haben sich das eingekauft. Ah, war ich mir jetzt gerade gar nicht so... Okay, ich dachte, ach ja, stimmt, Amazon Prime, hast recht, ja, okay, gut. Ja. Naja. Die sah, die sah ganz vielversprechend aus. Es gibt ja noch guten Sci-Fi-Content. Ich bin auch, ich bin auch der festen Überzeugung, es wird auch wieder, es wird auch wieder guten Star-Trek-Content irgendwann geben, ja. Wir sind ja jetzt durch. Ich meine, es, wir werden, wenn diese Staffel durch ist, wenn wir nochmal so einen Bestandsaufnahme-Cast machen, da haben sich schon etliche Leute bei uns gemeldet. Da werden wir vielleicht nochmal so eine Call-In-Show machen, wo ihr dann nochmal eure Meinung kundgeben könnt, denn es gibt auch wieder etliche Interviews von Alex Kurtzman, die hochgradig grenzwertig sind. Und ich so sage, Alter, du hast wieder mal nichts verstanden. Da werden wir auf jeden Fall auch noch drüber reden müssen. Star Trek 4 ist noch nicht tot. Ja, Star Trek 4 ist noch nicht tot, die Sektion 31-Geschichte ist ja, kommt ja dann auch noch irgendwie mit Michelle Yeoh. Ist abgedreht schon. Ist sogar schon abgedreht, aha, okay, guck mal. Guck mal, guck mal, wie abgedreht es wird. Hahaha. Und... Also wir haben ja Potenzial, Star Trek hat ja weiterhin Potenzial. Man hat es, du kannst es nur noch nicht bisher ausnutzen. Ja. Die Frage, werdet ihr auf der FedCon sein? Nein, auf der FedCon werden wir dieses Jahr nicht sein. Warum, wissen wir ehrlich gesagt selber nicht. Das müsst ihr dann die Programmdirektion fragen. Könnt ihr ja mal eine Petition starten. Äh, nee, man hat uns dieses Jahr nicht berücksichtigt. Also von daher sind wir auch nicht da. Vielleicht, nee, ich bin auch das Wochenende. Nee, ich habe auch gar keine Zeit an dem Wochenende. Nee, ich glaube, ich muss noch irgendwie meine Wolle sortieren oder so. Nee, also von daher, ähm, glaube ich nicht. Vielleicht MagicCon, schauen wir mal. Genau, MagicCon, gucken wir mal. Ähm, ansonsten, wie gesagt, wenn ihr uns live sehen wollt, ne, 20.04. im Rabbit Hole Theater in Essen am Samstagabend. Der Große hat da Geburtstag. Und danach, genau, danach haben wir noch eine meine Geburtstagsparty. Also von daher doppelt, ja, doppelt, äh, doppelt der Grund, da vorbeizukommen. Und, äh, kostet lächerliche 20 Euro. Die gehen auch nicht mal in unsere Tasche, sondern die gehen direkt in ein kleines, feines Off-Broadway-Independent-Theater, ja, äh, unterstützt hier also auch noch die lokale Kulturszene. Ich meine, wir haben die letzten Male immer mal wieder gesagt, dass wir es dieses Jahr etwas anders angehen werden. Ihr habt gesehen, wir waren jetzt lange nicht mehr mit klassischen, äh, Sendungen, ähm, on-air oder haben was aufgenommen. Da wird sicherlich noch was kommen. Ich glaube, wir haben ja sowieso House of the Dragon dieses Jahr nochmal was, äh, da ist. Wir nehmen, äh, morgen das Three-Buddy-Problem auf und werden zwischendurch mal wahrscheinlich abseits der getretenen Pfade uns orientieren. Aber aktuell, außer vielleicht The Walking Dead, nicht mehr ganz so regelmäßig, wie es mal von uns gewohnt war. Ja, aber ich denke mal, weißt du, was ich jetzt immer, hab ich mir vorhin gedacht, was wir wirklich mal machen sollten, ist, lass uns mal, äh, äh, mal anfangen. Das wird dann wieder zehn Jahre dauern, bis wir fertig sind, ja. Aber wir können ja mal anfangen, die Filme mal zu besprechen, ja. Weil dann, dann können wir ja einfach mal den gleichen Maßstab, den wir jetzt hier anlegen und mal auch den Film anlegen. Und vielleicht, vielleicht hauen wir die ja auch in die Pfanne und, oder vielleicht ja auch eben nicht. Muss ich mir den ersten Film dann nochmal ansehen? Der ist gut. Der ist gut. Ja, also von daher, ähm. Und du, letztens hat jemand 2001 Space Odyssey zusammengeschnitten, dass jede Szene zwei Sekunden lang ist. Der Zusammenschnitt war dann 18 Minuten lang. und die ersten, die ganzen Affenszenen am Anfang oder so, haben trotzdem drei, vier, ein Drittel des Films eingenommen. Und das hat sich lang angefühlt, gefühlt, obwohl wir schon schnell Zusammenschnitt gesehen haben. Ach, ihr habt das alle ja nicht verstanden. Ihr habt das ja alle, alle nicht verstanden. Aber das können wir... Andere Sehgewohnheiten. Und wir werden auch weiterhin, also das war jetzt hier kein versteckter Abgesang, bitte jetzt nicht falsch verstehen, ne. Aber ich denke mir, da hast du vollkommen recht, vielleicht wenn wir, ähm, jetzt wo auch manche Serien wirklich ein bisschen ausgelutscht sind und so, dann gibt es einfach so viel guten Content da draußen, dass man vielleicht zumindest mal sagt, okay, lass uns mal über die erste Staffel von Silo reden. Ähm, ja, irgendjemand da draußen wird jetzt schon wieder Fall Mankind schreien, ne. Hat er schon. Hat er schon. Und, ähm. Ich hab sie komplett gesehen, die letzte Staffel, also. Ich hab sie auch gesehen, aber es sind so viele andere kleine Sachen, die man so guckt, über die wir mal sprechen wollen würden. Von daher, also, wir bleiben euch, wir bleiben euch natürlich erhalten, also keine Sorge deswegen. Ja, wenn euch das heute gefallen hat, dann Däumelein nach oben. Empfehlt uns euren Muttis, Omas, Tanten, wenn die am Wochenende gefragt haben, was hast du am Sonntag gemacht, Junge, Tatort geguckt, sagst du, nein, Erna, hab ich nicht. Ich hab, äh, hier zwei, ähm, mittelalten weißen Männern beim Abrenten zugeguckt und dann sagt die, aha, ist halt was Schweinesches und dann sagst du, ne, kannst du auch gucken. Also, empfehlt uns weiter und kommt, wie gesagt, zur Show. Ich würd mich wirklich riesig freuen, ganz viele von euch da zu sehen. 20.4. Rabbit Hole Theater in Essen. Ich poste hier auch nochmal eben den, äh, Link gleich nochmal in den Chat, beziehungsweise, ihr findet das da. Wir haben auch, es gibt auch eine Dreier-Ticket, also zwei, äh, drei, ähm, drei Shows zum Preis von einer, von zweien. Ähm, könnt ihr also auch machen, denn die Gäste für die nächsten Shows stehen auch schon fest, die verraten wir aber noch nicht, aber die werden auch, die werden auch exorbitant exquisit sein, ja. Also, das wird auch schon richtig gut. So, äh, in diesem Sinne, Michael, dir vielen Dank, äh, wir uns stehen jetzt noch ein paar, äh, lustige Wochen vor, äh, uns bevor, äh, der wir uns jetzt also diesen Mumpitz da noch anschauen. Ja, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann also Däumelein nach oben, schreibt uns eine WhatsApp an die 01525-964-7709, ne, die kommt dann hier raus, auf diesem schönen Tablet, da könnt ihr eine Sprachnachricht schreiben oder ihr schickt eine WhatsApp oder ihr schickt eine E-Mail an info.dezismus.de oder ihr kommentiert das natürlich auf unserer Webseite, ja, und in diesem Sinne, dann würde ich mal sagen, machtet mal Jort da draußen und, äh, lasst euch gut gehen, guckt noch viele gute Sci-Fi-Sachen, vielleicht Free-Body-Problem, ich hab's noch nicht gesehen, ich werd jetzt dann, äh, schauen, ob euer Spoiler-Podcast oder ohne Spoiler? Ich denke, wir werden spoilern. Okay, dann hör ich da wahrscheinlich erst später rein vom, äh, Forever Nerd Girls jetzt auch wieder und demnächst schöne Podcast, also von daher, da geht euch der Stoff bei den Nelizisten auch nicht aus und in diesem Sinne würde ich sagen, machtet mal Jort da draußen, gute Nacht und, äh, in diesem Sinne, Tschüss! Ciao! Ciao! Eine Produktion des Podcast-Imperiums Eines a